Am Schaufenster von einem Restaurant haben Sie die Stellenanzeige für einen Kochköchen gelesen. Sie interessieren sich für den Job und schreiben an das Restaurant an Herrn Polfers eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu flogenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben Beruf Erfahrung Ihre Tätigkeit im Moment Deutschkenntnisse Arbeitszeit Ihre Erreichbarkeit Sehr geehrter Herr Polfers Am Schaufenster von Ihrem Restaurant habe ich Ihre Anzeige gelesen und möchte mich um die Stelle als Köchin bewerben. Deswegen schreibe ich Ihnen eine E-Mail. Ich koche sehr gerne und habe schon in verschiedenen Bereichen erfolgreich als Köchin gearbeitet. Zurzeit bin ich arbeitssuchend. Da meine Firma mir aus wirtschaftlichen Gründen gekundigt hat, muss ich eine neue Stelle suchen. Ich verfüge über sehr gute Deutschkenntnisse. Außerdem spreche ich sehr gut Englisch und Französisch. Ich bin eine sehr offene und kommunikative Person. Ich habe eine Frage. Könnten Sie mir bitte sagen, wie die Arbeitszeiten sind? Ich freue mich auf ein Vorstellungsgespräch. Ich hoffe auf eine positive Antwort von Ihnen. Anbei schicke ich Ihnen meinen Lebenslauf und mein letztes Zeugnis. Sie erreichen mich per E-Mail unter oder telefonisch unter der Rufnummer. Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich im Voraus und warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Entschuldigung. Vielen Dank.